Musik Meditations AP Meditations AP Man könnte theoretisch ganze Zeit in diesem Bildchen bleiben und AP warten So ich muss mir ein paar Sachen aufschreiben, die kaufe ich mir dann später im Channel 1 beim Laden Und dann kann ich mir die ganzen Rüstungen zusammen herstellen Du wirst mal wahrscheinlich die nächste Rüstung ertragen mit Level 16, lohnt sich das dann noch? Neee Dann warte ich lieber, bis ich die Kobold-Sachen bekomme Das scheiße ich auch die anderen Ketten muss Ok, also bin ich bereit Dann glaube ich mal ab und zu sagen Ich nicht Ja, ich weiß, dass du die Rüstungen hast Müsste man nicht heilen vor Wiederbelebung lernen? Na, wo ist nix du? Nee, ich frag mich nur gerade, ob ich noch Heilfähigkeiten bekomme Ja, keine Ahnung Liii Leiii Man weiß es nicht, man weiß es nicht Ja, ich weiß, man Ja, das macht, ey Ja, Max Ich glaub ich werde einmal so Wenn Dicken zuerst einfach mal ganze Zeit zu rumstehen lassen In dem man ganze Zeit AP Punkt so Man bleibt einfach da sitzen fertig ist die Sache, toll ich werde den normalen Anruf Scheiße falscher Skill gemacht, Mist Oha, es ist ganz schön viel geschehen mit dem Stoff abgeben Es kann aber weniger gehen Wiederherstellen Verringert die Schanz durch einen mächtigen Schlag Alchemie-Erg-Verwandlung Wollen wir das Obligate, dass du jetzt in Erneuerung Energiekristall von jedem 50 HP hernach Oh, cool Das Lager vorhin Level 13, achso, ich muss sagen Was habe ich denn jetzt geskillt? Und er hebt den normalen Angriff Er steckt normaler Angriff Normaler Angriff versuchen weniger Schaden, aber es sind schneller und verbrauchen weniger Ausdauer Geht nur für normale Angriffe mit Primärwaffen Greifte und Greifte mit Objekten sind nicht davon betroffen Super Ich habe eh eine Scheiße gesehen Obwohl normal Angriff, das ist ja der normale mit linke Maustaste Nur trainierte Skills Wow, ich habe nur einen trainierten Skill Wo ist Kirsti? Keine Ahnung Im Gastort Ich habe nicht das hingegangen Ich habe irgendwie keinen Gucken Unter M sind die ganz... Nein, unter M ist nicht die ganzen Quests Unter M waren die ganzen Quest Was habe ich denn da? Ich muss fünf Stoff für Gewinn holen und ich habe glaube ich Stoff verkauft. Ich habe sie schon. Ich habe sie schon. Lass einen Schreiden mit Knollhelmen erstellen. Bringen ein Ausrüstungteil des Schlachtroten Hexas jetzt zu Kerlana. Nein! Scheiße, 96% habe ich jetzt. Was denn? Oh, geil! Alter, hier muss ich euch zeigen. Das sieht ja mal herbegeil aus. Wie kostet das denn? Auch wie Kacke. Oh man, das ist ja voll schwul. Man muss ja echtes Geld ausgeben, um sich den Bau zu machen. Haha! Man muss ja auch im echten Leben echtes Geld ausgeben, um sich den zu rasieren, oder? Ja, ich glaube es auch. Ja, das sieht aber selber cool aus, der Typ. Irgendwie kann man nur 30 mal rausfinden. Wie viele Lauchfests gibt's hier, ey? Welcher Lauchwursche? Gießt Erfahrung. Ey, aber wollte ich einen coolen Bad machen. Voll der Scheiß, right? Hier mit Lixus, Leute, ist voll kacke. Ich hab so ein Bad machen können. Ja, ich sollte kein Geld zahlen für ein Bad. Wie auch ein Bad. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, wir wollen Kacke. Ja, es hat wirklich jeder ein Bad wachsen lassen von uns. Als Charakter. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn man mit einer Kursie jahre halb, für ein Drexel war von alleine. Ja, ich glaube so. Ich will schwarze Handschuhe. Was ist das denn eigentlich? Ich könnte mir nicht eins und auch mal eins schwarz fähren. Obwohl, so wie sie jetzt sind, das ist eigentlich schon ganz cool. Aber ich gucke mal, ob ich den mal fähren kann, damit ich nicht aussehe wie André. Ja, ich weiß nicht. Äh. Ja, ohne wird sich weniger ausschauen. Der sieht ja mal gut aus, meiner. Ja, ja, ja. Jetzt mach ihm keine Hoffnung, dass er gut aussieht. Der sieht gut aus. Warum ist er, oder? Das Gute ist, ich bin Level 13. Jetzt hab ich auch gewonnen. doch jetzt konnte 이러enter all die händlichen Dank sein. So, jetzt. Jetzt zeig mal, wie ich an diese Klingko. Ja, warte mal. Ja, wollen wir nicht weitermachen, was die ist? Steigen unsтeln. Ja, wir machen das jetzt mit den Schaden μου. Na, von ihr auch schonocks in Klick. Nein, wir wollen jetzt weitermachen. Nein. mit mir bekommen wir machen weiter also an die Idee der Europapier nur noch um die Klingel ins Kling wenn sie nicht ganz Zeit warten dass sie die Gäste erstellen ist nicht noch weitermachen das dauert nicht lange herrlich ich muss ich nicht in diesem Zeitraum ist das wenn ich es mir Ja! Ja sicher. Handwerk, Himmelsfrost ist zu längst schwer. Dann brauche ich noch Leder. Ich brauche Leder, Metalllöser und lässt es Seelenrelegt drin. Richtig. Die müssen wir alle kaufen. Ja und kann man es kaufen? Im Markt. Das würde ich jetzt nicht machen, das dauert zu lange zu suchen. Ist es teuer? Ja. Nein, das sieht nicht schlecht aus. Ich habe den Stein geklischt. Meine Beine sind jetzt in Stein drin. Du den Sitzel herrschte. Ja, was habe ich denn gar nichts besser tun? Die Christi hat keine Handshur. Die Christi hat keine Handshur. Ja. Andere Beile dich mal. Ist ja gut. Gibt es mich nicht. Ich will nicht aber jetzt nicht so. Abstaat einfach westlicher Eispassage und gut ist. Cool. Ja. Schrei-Wasseréspassage. Ich bin nicht erschrocken. Ich habe nur wenige Appetit. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, das ist jetzt klar. Ich bin der Schode für mich. Weil ich mir das sage, ich bin der Schorden, ich bin der Sch��. Ich habe schon lange nicht mehr da. Ich habe eine gute Zeit, ich mich über die Helmung nachgebracht. ja dieses Wiesner an und jetzt kommt die Marke und die Städte ist gelandet er ist was ich komme sofort weil es ist es zu orientieren die Zeit ist automatisch sein noch nicht mehr auch noch gar nicht er die Dauer zu stellen die Wahl der Nürnberg das ist noch kein anderes ist ich weiß wie man automatisch schläuft in der Gruppe aber immer noch ins Gelegen ja ich habe ja auch von die Europäer die Nachbarkeit wenn ich gut auf das Wort nicht gelangen war Euro das ist sie in Ruhr Sorgen und der Freude von Menschen oder Frucht Biermann Prozent wir wollen Töten gehen wir wollen wir wollen wir wollen nur ein Blut und sehen wir wollen wir wollen warum ich noch nicht dringend auch nicht nur mit dieser Schicht ist nicht die jetzt nicht vom Schiff kommen wir haben aber auch nur Will sie jemand mit mir anlegen? Hier! Da kommt er! Ich hab mich geskillt! Mein normaler Angriff macht viel mehr Schaden! Halt! Mein Ex-Empen-Hilfe Ich flüchte vom Schiff! Ich hab schon was mehr! Ah, ich häng fest! Es ist nichts mit flüchten vom Schiff! Du musst auch springen! Das ist mein Ex-Emu, liebe ich! Hier wird gemacht werden! So BAM! So BLEAT! So BLEAT! So BLEAT! So BLEAT! So BLEAT! Hast du das gemacht? Nee, hab ich ja nicht! Ich war ja im Heckgeschwaden! Ja! Wir haben immer nur auf dich gewartet! Neeeein! 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 Das auf die Arden gegern zu berühren. Und ich soll das nämlich eng machen! Einer wollte sie dem Wlamen aus- holen- aber auch noch mal aall und ich mach mal einges olden anwesend ein und die Leiter die Flächenfragen in den Zuläsen nehmen Blutmann die Europäer der anderen ja ich gehe jetzt ich habe die schlechteste Verbindung gerade, geht ja schon mal gar nicht. Das ist gerade ein geschlechtes Ding. Das ist einfach mal der Sound viel zu laut. Die Ingram-Song muss ich unbedingt leichter stellen. Ich habe die Leidder. Das ist Leidder. Ich lasse den Magier hier alles machen. Ich glaube ich habe... Was ist eigentlich für dir? Oh... Hörst du ja nach dem Klam zu früh? Der ist auch sofort auf dem Ingram-Song, wie viel lauter ist bei mir? Ich habe das Gefühl, dass es fast die Wettstreite war, als er der erste von uns hat. Also die ersten von uns dafür. Warte! Rein! Soll das weiter? Das ist weiter. Ein Erz, das drückt nämlich die Erz ein. Aber mit dem Erz, das soll für uns auch sein. Das kann nicht so gerne, wie man das geschenkt hat. Können die immer mitholen. Den müsst ihr immer Bock mitnehmen und sperren. Das sind wir so. Ein und ein. Sehr schön! Na, das ist ihm schon genommen. Das ist nicht. So. Das ist normal. Sorge schleudert, entflachen. Ja, alle kriegen Sinn der Scheiße zerbrochenen Fein. Nur ich nicht! Ich habe die Schleuder. Ich habe noch keine Schleuder. Ja, noch nicht. Jetzt kommt ja noch alles. Der Typ mit der Schleuder kommt ja noch. Von dem kommen wir die Schleuder. Ach, das ist entflammt. Ja, das ist entflammt. Entflammt die Schleuder. Ne, entflammt nicht immer. Ich mache ein paar bessere Skills rauszuhauen. Da ist eine Bombe! Oder irgendeine Stelle. Ja, das war ein Pyrosäen, der links. Oh! Der, der, der Scham weiß auch. Ja! Ich habe das Gefühl, ich habe noch ein Pädchen. Ähm, ne. Finde ich nicht. Aber warum ich eigentlich so wenig in einen großen Typ nehme? Der Typ, der aufnimmt? Ja! Ja! Ich habe das Gefühl, ich habe noch ein Pädchen. Aber warum ich eigentlich so wenig in einen großen Typ nehme? Ja! Also, Chrissi, jetzt weißt du Bescheid? Wollen Sie ein bisschen nur als Aufnehmer? Ja, bis vor uns nichts! Ja, dann warte erst ab, bis ich mich anfühlt, uns Ulach zu belegen. Mein Helm ist zerbrochen! Hier Säcke! Jetzt muss ich es reparieren. Du, was mit der Kobold sagt man ja sehen! Ja, echt jetzt! Das will ich sehen! Mir! Ich muss mein Helm jetzt reparieren. Oh nein, der ist übelst kacke. Nein, du bist vor. Säcke ich echt voll nach. Ich bin gleich mit einem Attacken ab. Und ich glaube, ich bin die Attacken nicht mehr. Eigentlich gleich ein? Ja oder? Ja! Ja! Was ist das? Ja! Ich mache mal ein bisschen Damage schreien. Höh! Ja! Da ist noch ein Helm. Oh! Oh, 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 oh.